Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy Crisis Core 7 Reunion. So, wir sind ja letztes Mal hier stehen geblieben, in Kapitel 2, Abschluss sogar, und ja, sollen jetzt hier weitermachen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Wir sprechen jetzt mit unserem... Wir sind immer noch auf der Suche nach Anjil und es ist einiges passiert in der letzten Zeit und ich würde sagen, wir machen genau da weiter. So, jetzt haben wir erstmal wieder neue Mails erhalten, die schauen wir uns natürlich an. Hiermit erklären wir die Kampfhandlungen gegen Wutai für beendet, dass der Konflikt mit so wenigen Verlusten und einem friedlichen Ergebnis beendet werden konnte, haben wir insbesondere an einen Soldat Sephiroth zu verlangen. Unser Sieg wird es uns endlich ermöglichen, alle Regionen mit Makroenergie zu versorgen und sie zu entwickeln. Shinra wird alles in seiner Macht Stehende tun, um auch die Menschen in den entlegenen Regionen an Wohlstand der Fortgeschrittsgesellschaft teilhaben zu lassen. Direktor Shinra. Am Ende des Krieges, liebe Soldatmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Ein langer Konflikt hat endlich sein Ende gefunden und das verdanken wir der aufopferungsvollen Arbeit von Sephiroth und einem hierbei Soldat. Doch die Lage um Shinra ist weiterhin angespannt, denn starke Militärmächte und Antichinra-Umgruppierungen gibt es zuhauf. Das ist die Kehrseite von Shinras kometenhaftem Aufstieg. Als Mitglieder von Shinra ist es unsere Pflicht, uns dieser Kehrseite aufrichtig zu widmen. Beherzigt meine Worte, wenn ihr zu eurem nächsten Einsatz aufbrecht. Ja, das sollten wir vielfach tun. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt hier weiter. Hey, Zack. So, the war's over. That it is. I'm sure you heard. I ruled. No, I didn't hear. The company reports don't mention you at all. On TV? They only talk about Sephiroth's bravery. But Sephiroth was in B-Unit. Well, our heroes are chosen by the media. Dreams crushed. Ja, das war's dann. Beziehungsweise Medien machen sich sowieso immer so, was sie wollen. Kennt man ja schon aus Realität. Ah, stimmen alle drei Bilder von DBW überein wie die Limitrausch-Technik Megaflare freigeschaltet, die wir uns ja von Ifrit geholt haben. Beziehungsweise nicht Ifrit, sondern, äh, Bahabut. Den haben wir ja in der letzten Folge Gesicht zu sagen. Ich würde sagen, jetzt mal hier. Ja, wo fangen wir jetzt hin? Fahren wir erstmal zum Büro des Soldatleiters. Was der zu sagen hat. Aha. As of this moment, you are promoted to soldier first class. Huh. Ja, ich dachte, ich wäre glücklicher. Entschuldigung. Zu viel passiert, zu schnell. Zack, ich bin Angst, dass ich wieder deine Unterstützung brauche. Are you pushing another assignment auf mich? Meine Entschuldigung. Whatever. Ich werde dich in, Zack. Oh, wir bekommen eine Uniform. Wie schön. Wahnsinn. Naja. Ich hätte jetzt mehr erwartet, aber ist egal. Zack kann dich jetzt mit sechs Materie ausrüsten. Sehr schön. Jetzt, da Sekt zu einem Drang 1 Soldaten befördert wurde, erhält er nach jedem Kampf eine Bewertung. Je nach Kampfergebnis können TP, MP und FP regeneriert werden. Denke beim Kämpfen also an deine Bewertung. Kein Schaden, besiege alle Gegner ohne Schaden zu erleiden. Befektes Blocken, blocke alle Angriffe und gewinne den Kampf. Limitsieg. Besiege den Gegner mit einer Limitrausch-Technik. Espa-Sieg, besiege den Gegner mit einer Espa. Magiesieg. Besiege den Gegner mit einem Zauber. Fertigkeitensieg. Besiege den Gegner mit einer Fertigkeit. Fuck you. Fuck you. Fuck you. What? Are you Zach? In the flesh. As Soldier First Class, you are now authorized to use Materia. Whoa! So what do I do? First, open the main menu. You should now be able... Now, try fusing these two Materia. If you have any questions, just let me know. sehr schön du kannst zwei materie zu einer neuen materie fusionieren diesen vorgang etwa materie fusion beispiel von materie fusion feurer also blitz gleich feurer blitz gleich eisrahmen ok durch fusion hergestellte materie werden normalerweise auf stufe 1 gesetzt doch in zwei gleiche materie miteinander fusioniert werden übernimmt das fusion produkt die stufe der höheren materie das sehen wir auch logisch wird in der fusion eine materie der meisterstufe verwendet kann eine materie an einer höheren stufe entstehen sobald du ausreichend materie gefunden hast kannst du regelmäßig mit fusionen experimentieren werden zwei materie mit unterschiedlichen parametern fusioniert so bietet der parameter mit dem höheren wert auf das fusionsprodukt übertragen und 50 prozent des niedrigeren parameterwerts werden hinzugefügt suchen wir das einfach mal ok schauen wir mal vita ja nun mal feuer und eis fusionieren sehr schön du hast eine erste materie fusion durchgeführt genial was ist denn wenn wir das sind vermeister wenn wir wieder nehmen und feuer was passiert da sehr schön da funktioniert doch gut dann können wir weitermachen äh wirklich überhaupt kehrwens bruder soldat leidt es zu blick hey now are you sure you know enough about materie fusion ja materie fusion is still a new technology some combinations and result that's why we want you to experiment and if you make a new discovery let us know und dann speichern wir das ganze erstmal ab würde ich sagen kapitel 3 sehr schön ach diese ganzen vieler jetzt ach diese ganzen vieler jetzt mein Beileid mein Beileid mein Beileid mein Beileid nein das ist mein Beileid Covid-19 ja ich will mein Beileid hau mein Beileid das ist mein Beileid nicht nein Ach, das wollte ich doch gar nicht. Oh, ein Angriff? Was passiert? Ein Angriff auf unserem Stützpunkt. Das geht ja wohl gar nicht. Schnell zum Foyer, diese Etage überprüfen. Ja, erstmal. Das? Das? Was ist das? 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 Was war das? Was? Du wirst nicht wissen? Das war eine Intruder-Neutralisation-Mech. Also warum war es attackiert? Es ging einfach berserk. Ja, was machen wir jetzt? Wie befolgen? Ja, ich muss den Befehl befolgen. Was? Ich bin in Combat Mode. Ey! Ich glaube, ich spinne! Oh, ich hab ihn los. Scheiße. Ah, das ist eure Schnitte. Ah, das ist eure Schnitte. Oh, das ist eine F-Mail. Ah, das ist eine F-Mail. Ah, das ist eine F-Mail. Oh, ich bin mir da. Ah, ich bin mir da. We can't have them calling for backup I'll draw their attention make sure you take them out. Yeah, you got it Turks What it soldier What are you doing? They called for backup. Sorry, jump too far Better run for it Then do me now, let's hit the air force in the air force No, not if I can help it Uh I I I I I I I Das war's für heute. Zephyroth! Die Intruders sind die Genesis-Koppen! Keine Werte. Das ist die Holländer. Wer ist das? Ein Schinra-Scientist, der die Koppen-Koppen hat, dann verschwunden. Du sagst, dass diese Holländer und Genesis zusammen arbeiten? Ja, wahrscheinlich. Du kennst das, was sie planieren? Holländer versucht, um die Wissenschaften zu gehen. Und verloren. Er hat schon seitdem eine Grudge gegen Shinra geboren. Er will Revenge. So schrecklich. Und Genesis unterstützt diese stupide Kase? Ich will es nicht glauben. Na, dann nicht. Entstanden. Jetzt, Zack. Kopien wurden in Sektor VIII auch. Los geht's. Ach man, die sind doch überhalten. Das ist schlecht. Wir sollten uns verbrechen. Gut. Gut. Hold on, ich komme. und schrefe. Äh. Wofür ich mich nicht ausgernd. Ich mache mich nicht. Ich mache das. Ok. Ich mache das. Gute. So now we're outsourcing to the Turks. Soldiers being stingy. There's a manpower shortage. Dunk. You're a Turk too? I'm Sisney. I'm Zack. Pleasure to meet you. Zack. Aren't you on assignment? Same objective. Need some help here? I appreciate the offer. Oh, how generous. Well, Sung, Zack, I gotta go. A bit of a weird game, but no. Naja. Jinisei, would you... Der DBW Matrix hinzugefügt. Neuer Limitrausch freigeschaltet. Jinisei... Jinisei... Äh, Chisney Glücksterne. Ah, okay. Dann wohl war mal. Loveless Allee. Naja. Bisschen klischeehaft. Genesis. No. They're copies. Activating combat mode. Wah. Ah, hey! Das war's für heute. 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 No snow rats. Loveless. Act 1. Hm. You remember. How can I not? when you've beaten it into my head. Don't take Semper off lightly. Hm. No go. Das ist das beste, was du kannst? All hail Sephiroth Angeal, stay back I'll take Sephiroth alone Genesis The world needs a new hero Come and try So smug But for how long? Let's go Stop. You'll destroy this place. That's no way to talk to a hero. 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 Even if the morrow is barren of promises, nothing shall forestall my return. Okay. So, was everything all right? Yes. As far as Genesis was concerned. But, as for Angeal... Angeal? What happened? Hmm. Later, I received one of his famous lectures. About what? Always the same. Discipline, dreams, honor, etc. Well, I would say, let's continue. Angeal. Angeal. What are you up to? Where are you? Shukubo Murus. Shukubo Murus. Okay. 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 No more. Ah. erugren. Good service story. Good service story. Huh, good service story. That's very good. Good service story. Was ist denn jetzt in? Was ist denn jetzt in? Was ist denn jetzt in? Oh, ja! Complete resolved! Hollander's Laboratory is right down this way. We may find leads on NGO. Alright, let's go! Also hier weiter landen. Aktivating combat mode. Ah! Dann komm schon du! Ah! Ah! Oh yes! Resolve! Aktivating combat mode. Ja! 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 Dann gehen wir da mal rein! Schauen wir mal, ob wir da was finden. Ach, noch ein Gang. Wieder so dreckig. Mann, ihr nervt. Echt kein Bock drauf. Aber das ist ein Räckchen. Dann gehen wir da wasser. Achtung! 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 The door isn't receiving power. The source is. Achtung! Ganz unten! Zack! Open the valve on the lowest level. Achtung! 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 Ich bin in der Kampf-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Mein Gott, scheiß Viecher werfen. Nur ich bin in der Kampf-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Gut, die sind nach oben. Gut, die beiden. Gut, die sind nach oben. 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 Langsam der Erd! Langsam der Erd! Oh, yeah! Good work. How wretched. Ugh, du Shamba. Whoa. Das sind die Ausgaben von der Wissenschaftsfamilie. Projekt G, Degradation, und Ancients. Hm. Interessant. Du solltest einen Blick nehmen. Diese sind sehr klassifizierte... ...projekt... Ich brauche hier nochmal. Die sind sehr klassifizierte... ...projekt. Hm. Nach unseren jetzigen Erkenntnissen dürfen wir davon ausgehen, dass es sich bei der ausgegrabenen Lebensform um ein Mitglied des legendären alten Volkes handelt. Historiker sprechen davon, dass es mit dem alten Volk möglich war, die durch den Planeten fließenden Kräfte zu bündeln und die Erde auch zu einreißen. Und noch. Die Zellen der ausgegrabenen Lebensform werden bereits in Experimenten benutzt, die uns ermöglichen sollen, in diesem mit eben dieser Fähigkeit Mastelhaft zu züchten. Wir versprechen uns davon eine drastische Kostensenkung bei der Förderung von Makko. So. So. Das tue ich doch, du Schwachmacht. Oh, okay. Es war Hollander's experiment. Das Ergebnis war ein normaler Kind. Das bedeutet, dass er verloren hat. Aber... ... Das sind sehr leichter. Das ist wirklich... Die gesteigerten Fähigkeiten von Soldatenkämpfern basieren auf einem zerbrechlichen Gleichgewicht verschiedener genetischer Faktoren. Ins Wangen geraten könnte dieses Gleichgewicht nur durch ein Ausfließen genetischer Informationen, ein Vorgang, der eigentlich nicht auftreten kann. Degenerationen treten nur bei Soldatenkämpfern von Typ G auf. von der Seite. Projekt G. Gave birth to the man we know as... Ach, irgendwie laberei. Bei allem Respekt, aber ich habe jetzt echt keinen Bock drauf. Ich glaube, ihr habt den Arsch voll, oder? Ich bin der Neue Fertil ist ein Jochen. Ich bin der Neue Fertil ist es nicht so schnell. Ich bin der Neue Fertil ist dran. Ich bin der Neue Fertil ist ein Geist. Oh yeah! Ich weiß nicht, dass ich ihn mitnehmen. Take that! Later! Conflict resolved. Wo lag jetzt? Falsch Äh, scheiße Boah, ey Das fliegt doch mal Doch Jetzt kann ich aber nicht rum Oh, shit, no. Hey, hey. Activate in combat mode. My pleasure. Missfisher 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 Scheiße, das ist ein Fütter, ey. Ja, krieg ich nicht genug. Ja, krieg ich nicht genug. Ich sehe, das ist ein Fütter. Ich sehe, das ist ein Fütter. Ich sehe, das ist ein Fütter. Oh yeah! Oh yeah! Conflict Result! Oh yeah! Oh yeah! Hollander! You can't escape! Speichern auf jeden Fall! Damn it! Aber ich würde sagen, das sehen wir dann in einem der nächsten Videos von Tri-Score Final Fantasy 7 Reunion. Ich hoffe es hat euch bisher gefallen, wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal! Euer Willi Spieltas! Haut rein! Ciao! Servus! Und Tschüss! Und auf Wiedersehen! Vielen Dank.